Autsch, Österreich dreht auf. Autsch, weil die Wahrheit manchmal weh tut. Rebellion schaut anders aus, aber in Österreich ist man schon ein Rebell, wenn man sich einen Coffee-to-go kauft und den im Sitzen trinkt. Ich verließ mich Tag für Tag. Das A-M-E-S für mich kein Job mehr holt. Der Opa war Kollege Klartext. Der hat am Tag selten mehr als drei Wörter gesagt. Der Opa hat öfter gefurzt, als dass er was gesagt hat. Leider nicht nur viermal am Tag. Ich darf mich eingangs bedanken, dass ich unter Wahrung meiner Anonymität zu Ihnen sprechen darf. Wie beim Heider damals. Ich schneide heute ein heißes Essen an. Was der Heider wohl macht. Nein, was der Heider wohl macht. 1.68. Zurück. Ich habe es auch gesagt, du hattest schon beim dritten Tor ein bisschen aufgestaubt. Und in der Kompression musst du einfach wie eine solche Rolle in Position bleiben. Natürlich, also wissen kannst du natürlich nicht. Also kannst du ja nicht wissen. Aber es wäre vielleicht einmal, also schon diesen Versuch, also diesen Versuch, den wäre es schon einmal. Gut, da muss der Typ dazu sein. Na, aber schön, dass wir drüber geredet haben. Also eines möchte ich zu Beginn festhalten, ja? Mein Knie.